Ich sitze hier in meiner kleinen Stube, Ich, Brigge, der 28 Jahre alt geworden ist und von dem niemand weiß. Ich sitze hier und bin nichts. Und dennoch, dieses Nichts fängt an zu denken und denkt fünf Treppen hoch an einem grauen Pariser Nachmittag diesen Gedanken. Ist es möglich, denkt es, dass man noch nichts Wirkliches und Wichtiges gesehen, erkannt und gesagt hat? Ist es möglich, dass man Jahrtausende Zeit gehabt hat, zu schauen, nachzudenken und aufzuzeichnen und dass man die Jahrtausende hat vergehen lassen wie eine Schulpause, in der man sein Butterbrot isst und einen Apfel? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man trotz Erfindungen und Fortschritten, trotz Kultur, Religion und Weltweisheit an der Oberfläche des Lebens geblieben ist? Ist es möglich, dass man sogar diese Oberfläche, die doch immerhin etwas gewesen wäre, mit einem unglaublich langweiligen Stoff überzogen hat, sodass sie aussieht wie die Salonmöbel in den Sommerferien? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass die ganze Weltgeschichte missverstanden worden ist? Ist es möglich, dass die Vergangenheit falsch ist, weil man immer von ihren Massen gesprochen hat, gerade als ob man von einem Zusammenlauf vieler Menschen erzählte, statt von dem einen zu sagen, um den sie herumstanden, weil er fremd war und starb? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man glaubte, nachholen zu müssen, was sich ereignet hat, ehe man geboren war? Ist es möglich, dass man jeden Einzelnen erinnern müsste, er sei ja aus allen Früheren entstanden, wüsste es also und sollte sich nichts einreden lassen von den anderen, die anderes wüssten? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass alle diese Menschen eine Vergangenheit, die nie gewesen ist, ganz genau kennen? Ist es möglich, dass alle Wirklichkeiten nichts sind für sie, dass ihr Leben abläuft, mit nichts verknüpft, wie eine Uhr in einem leeren Zimmer? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man von den Mädchen nichts weiß, die doch leben? Ist es möglich, dass man die Frauen sagt, die Kinder, die Knaben und nicht ahnt, bei aller Bildung nicht ahnt, dass diese Worte längst keine Mehrzahl mehr haben, sondern nur unzählige Einzahlen? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass es Leute gibt, welche Gott sagen und meinen, das wäre etwas Gemeinsames? Und sieh nur zwei Schulkinder. Es kauft sich der eine ein Messer und sein Nachbar kauft sich ein ganz gleiches, am selben Tag. Und sie zeigen einander nach einer Woche die beiden Messer und es ergibt sich, dass sie sich nur noch ganz entfernt ähnlich sehen. So verschieden haben sie sich in verschiedenen Händen entwickelt. Ja, sagt es eine Mutter dazu, wenn ihr auch gleich immer alles abnutzen müsst. Ach so, ist es möglich zu glauben, man könne einen Gott haben, ohne ihn zu gebrauchen? Ja, es ist möglich. Wenn aber dieses alles möglich ist, auch nur einen Schein von Möglichkeit hat, dann muss ja um alles in der Welt etwas geschehen. Der Nächste, der Nächste, der, welcher diesen beunruhigenden Gedanken gehabt hat, muss anfangen, etwas von dem Versäumten zu tun. Wenn es auch nur irgendeiner ist, durchaus nicht der geeignetste, es ist eben kein anderer da. Dieser junge, belanglose Ausländer, Brigge, wird sich fünf Treppen hoch hinsetzen müssen und schreiben. Tag und Nacht, ja, er wird schreiben müssen. Das wird das Ende sein.